hallo herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger und zurück zu minecraft wir haben ja in der letzten folge die goldene desert eagle erspielt er schnuppelt und jetzt gucken wir mal ob wir auf den server kommen der ist anscheinend ein bisschen so wie es aussieht leggerade aber davon halten sie ab dann haben wir diese wunderschönen bären fallen hier gebaut und ich habe in den kommentaren ein bisschen gelesen dass die leute ja wollen dass ich ein bisschen mein haus ausbaue kann ich auch gut verstehen und ich würde sagen wir schicken erst mal die minions wieder auf die jagd die gute alte minions jagd haben wir hier in der truhe wird und so dem habe können wir mal rausnehmen habe ich immer zu futtern ja ich habe damit zu füllen so 234 es wird mein dann gehen wir mal hier runter wir können ja hier irgendwie noch mal durch ein bild durch den berg bauen finde ich noch so hier einer hin hier einer hin ich brauche ein bisschen was zu futtern ich hoffe jetzt dass sie herunter kommt naja nehmen wir lieber eine erdbeere wir können die eine bauen kommt jetzt wieso wenn die nicht runter da sind nur drei na gut dann hatte wo ich das so wo ich den sagen da ist die truhe glaube ich und dann sollen seite eine neue neue scheiße graben hier haben sie schon runtergebuddelt und lassen wir mal runter wurde hier war hier ist noch nix hier jungfräuliches land jungfräuliches land ist für meine minions immer bombe so kommen wir jetzt jetzt bin ich gespannt springen hier runter oder gehen die außen vorbei nicht gerade der schnellste weg den die kollegen gehen aber naja nichtsdestotrotz sie machen es so weil wir brauchen ein bisschen mehr marbel 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 und da ist der rufen da kommen wir hier zum ist das schon mal wieder ein bisschen brutzeln der brutzler ich habe mir überlegt ich baue so mehrere etagen also ich würde sagen das lasse ich so bestehen als als grundriss fondament und dann gehen wir hier ja eine etage höher es ist die frage brauche ich dafür den guten marbel glaube ich nicht so und dann können wir auch mal um eine art truhen raum bauen wo wir dann ja und so ein bisschen einrichten so dem marbel immer mit denen können wir noch schmelzen flieger macht ja fortschritt wenn man keine sagen was er willst aber es geht so langsam es ist zwar noch enorm schleppend aber freunde so nehmen wir mal hier ein bisschen stein mit ihr braucht jetzt keine angst haben dass ich jetzt hier alles mit pflastersteinen zu basteln nee das war ich nicht das habe ich nicht vor sondern das soll nur erst mal als wie soll ich sagen soll die gegner hier hin das können wir noch eben in den ofen packen das ist auch das wo die anderen oder wo viele spieler definitiv mir voraus sind die sind wesentlich schneller also wenn ich finde ich habe ja auch ein paar folgen von anderen gesehen wie ich sehe wie die so ein haus basteln das sieht gar nicht mal so schlecht aus wenn ich so hier nehmen wir erstmal den kabel stone ja siehst du dass wir das wiederkommender krieger eben so auch auch diese scheiße passiert die anderen so selten so hier kommen dann nachher schön treppen hin bei mir jetzt wird schon auch hier ich weiß nicht ob ihr es hören könnt die vögel ordentlich schon ab weil ich ein bisschen mit dem aufnehmen hinterher hänge aber ihr solltet ja eure tägliche dosis minecraft kriegen muss halt auch von unten schön sein so ich würde sagen das reicht erstmal für die erste höhe das müsste fällig sein ne so ich will ich auch ein bisschen länger wir können mal einen neuen ofen bauen und bauen wir zwei öfen die kommen hier hin so holz haben wir noch genug oder holz müssen wir noch haben soll ich mit holz feiern ich war ja mal ein bisschen mit holz ich weiß nicht ob das so der der große fehler ist erstmal ins bett dann ist er wieder tag und dann sieht er auch schon besser aus wenn ihr irgendwelche vorschläge habt da draußen ich habe auch leider in der folge sehe ich gerade keine webcam an warum auch immer tut mir tut mir unsagbar leid wenn ihr irgendwelche vorschläge was ich machen soll da ich ja halt auch und ich habe jetzt mal versucht da irgendwie in irgendwelchen dubiosen foren mich da mal durchzuschnuppeln durchzulesen ist hier noch kohle habe ich hier unten kohle ich weiß gar nicht ob ich hier kohle habe das ist halt auch noch das kommander kriegische system schwarze worte keine wolle müssen wir halt mit holzfeuer drauf geschissen wir können auch labereimer nehmen gänge natürlich hoch gucken wir mal wie das wieder zu brennt die scheiße so kann die kacke erstmal weg soll ich den durchgang so lassen ich glaube schon den lassen wir so also architektonisch bin ich auf jeden fall ein kack noob definitiv aber schauen wir einfach mal wie das so auf dauer wird ob wir hier geschmack rein kriegen in die butze kommen wir sogar so vor als würde ich was heißt sie gut aus und jetzt mal nicht übertreiben aber so irgendetwas schon wieder der stein sieht scheiße aus meine wandertruhe ist auch weg die kann man auch mal neu machen ich glaube man kann noch eine machen so was braucht sich dafür dafür brauchte ich erstmal eine truhe einmal dann brauchte ich glaube ich stebe die müssen wir hier haben ich meine so war die so war die ha na mein jung oh in die bärenfalle das ist natürlich kacke wieso kann man hier eine truhe in der bärenfalle kaputt gehen hallo fuck ich kann ja gerade nicht öffnen meine truhe hängt fest aber jetzt habe ich sie zu mir sind warum so bevor du die honor kaputt machst hier guck mal da muss ich auch noch auf meine truhe aufpassen mann 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 nur stress hier ups her damit her damit gehen wir aus der sonne her damit jetzt hängen sie wieder da um krieger das war scheiße was du gemacht hast weil das feuer brennt noch ich glaube war so oder ich weiß es nicht hier können wir fenster reinhauen oder solche fenster reinhauen jetzt hänge ich gerade an einem gedanken so war ein zaun den kriege ich aber nicht mit stein hin oder woher gibt es einen stein zaun stein aber gibt es doch sieht ihn cool aus geht das mit allem scheiß ding an hier mit jetzt nicht sei nicht so gierig kann ich die aus zinn machen mit zinn mauer ne geht nicht also müssen wir wohl oder übel aufs hä wieso ist das jetzt ne ne weil ich da ich Stäbchen brauche die ist aber schon wieder hier hungrig ne so baps 20 was habe ich was 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 das denn eisengitter wie habe ich das nochmal gemacht damit eisen das kann auch geil aussehen da bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt gucken wir mal ok das sieht nicht schlecht aus allerdings vermute ich mal dass das eisen recht rar wird ich weiß noch nicht mehr wie es ging so total easy habe ich euch genutzt ne guck mal es sind doch geht doch ich glaube ich habe ein bisschen viel gemacht jetzt gerade wird ja mehr vergittert kann ich das auch als decke benutzen wahrscheinlich nicht ne das sieht kacke aus kann ich jetzt wahrscheinlich abbauen oder geht ja natürlich habe ich den stein weg das ist das ist wieder commander krieger pur so was bauen wir für ein dach was habe ich hier gemacht habe ich so glaube ich so ein scheiß muster gemacht ich weiß nicht ihr steht ja auf diese holzdächer kacke ne ich irgendwie gar nicht ich schlaue weiß ich nicht keine ahnung es haut mich nicht so wahrlich um ich überlege auch gerade was ich mir für ein dach bauen soll weil holzdach weil ich meine wenn man sich jetzt mal so einen spark schaffen hat noch in der zeit ja so holen wir uns mal eine impression so findet ihr das cool merkt man schon das ist schon verdammt professionell gemacht ne oh guck mal diese diese fensterrahmen sehen cool aus was aber der boden weiß ich nicht ich hau mich jetzt auch nicht so wahrlich um weiß nicht nur uns mal die million zurück da sind sie schon so wart ihr fleißig naja wobei mit dem westen kann ich glaube ich noch ein bisschen was machen so ich bedanke mich bei minions haben wir auch gelernt müssen wir immer jedes mal müssen die wieder weg so tür zu und ja dann würde ich sagen bauen wir in der nächsten folge mal weiter dach weiß ich jetzt noch nicht also dach bin ich momentan noch sehr sehr unschlüssig in der nächsten folge dann wieder mit webcam in diesem sinne gut schuss euer kommanderkrieger bis zum nächsten mal tschüss dass jetzt wenn jetzt 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 Ich bin der Blaufgang und erlebe mich nicht wach, krieg ich da in Kauf TK-Chan ist die Susu, Fernsehen war gestern, heute ist YouTube